Was ist die Diskussion im Ausschuss? Das heißt, dass die Vorschläge der Organisationsuntersuchung gewertet und umgesetzt werden. Damit würden wir, das ist jedenfalls unser Diskussionsstand, heute vorweglesen, was da noch kommt. Und wir wissen einfach gar nicht, ob wir das unbedingt zustimmen, was das alles im Gesetz werden soll. Deshalb bitte ich den letzten Absatzgetränk anzustellen. Ansonsten, falls Sie sich mal erhältn, hat Dr. Schöller das gesagt, das Missverhältnis bei der letzten documenta, dass da auch nochmal von Ihnen eine Klärung stattgefunden hat. Das schlägt ja schon über den Satz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.